so Vielen Dank. Warum lösst du mir eigentlich nach? Also, nee. Nee. Du hast einfach so eine Linie hinter dir hergezogen. Ja. Ja. Bei dir ist wahrscheinlich die ganz komplette Karte Pink. Ja, moin. So, keine Ahnung. Nieren 2 ist einfach ein Fleck. Wir sind die von uns beiden, ne? Ja. Guck mal, ganz links oben in der Ecke in der Karte. So, ist bei mir nix. Bei mir. Das ist links oben doch, da ja. Ja, was? Ich war doch nicht das letzte Mal auf der Karte hier vor zwei Jahren. So. Keine Ahnung, fand ich. Aber was ich immer noch schade finde. Ja. Dass man hier nicht sagen kann, man macht zusammen die Story-Mission. Ja. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge versuchen wir mal einen Wettbewerb zu machen. Und wenn die Folge dann hier irgendwann rum ist. Das macht dann vielleicht ein bisschen interessanter. Ja. Wir können auch mal wieder auf der Schneemap spielen. Das sehe ich doch nicht jetzt im Frühjahr. Im Frühjahr. Außer du bist mir das mal viel zu weiß. Ja. Und zu wenig Tiere auch, ne? Ja. Aber man gewöhnt sich ja tatsächlich daran, wieder in HDX zu spielen. Ach, spielst du nicht in 4K? Passt du mit aufnehmen, nebenbei. Ja, stimmt. Da müsste ich auch in 4K aufnehmen oder schafft er nicht. Da bräuchtest du eher eine 3090. Ja, 3090 TI overclocked. Wie viel hat die 50? Hm, 48. Kostet vielleicht 5000 Euro, 6000 Euro. 5,6000 Euro. Und davon viel Stück im PC? Die musst du erst mal in den PC reinkriegen. Eine, eine wird schon schwierig, weil die schon fast, überhaupt fast 1000 Watt Nextile braucht. Du weißt nicht, ich hab hier 2000 Watt Nextile drin. Ich weiß gar nicht, was ich drin hab. Das sind hier, was hier, 5,5,5,6 Leute weg, 5,6 Leute weg, Nextile, viel höheres, hast du mich? Ich laufe mal Richtung Mitte der Karte. Bei mir sind roten Füchse ohne Ende. Also, irgendwie ist hier tot rosa. Die schlafen noch alle. Aber da müsste man die auch irgendwo schlafen sehen, ja, ne? Ja. Ich hab mein Tier getötet, das hat dich grad schlafen. Ey, ich hab hier jetzt schon drei unterschiedliche Spuren von Rotfüchsen gesehen. Ich hatte da, dass man Vögel nicht abknallen kann. Die ganzen Schuhe, die bringen dir nur nix. Ja. Renten kann man knallen mit dem GLC. Das ist die Excel, hab ich. Stufe 22. Ach. Kein Interesse, Rotfuchs. Lebe weiter. Obwohl, die G-Mankle gar nicht mal so wenig XP. Du musst dir jetzt mal finden, Basti. Ja, das ist das andere. Meine Stufe, Begleiter. Und Leute, wenn wir mal einen Singleplayer weiterspielen sollen und die Mission weitermachen sollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das machen wir dann natürlich auch. Also ich, er macht das ganz sicher nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich da stehen geblieben bin. Er hat aber auch keinen Bock zum Aufnehmen. Glaubt, der Erfolg kommt von selber. Nee, glaube ich nicht. Doch. Ach se. Weil ich, weil deine Videos haben doch meistens schon sehr gute Aufrufe und du hast keinen Bock, einfach weiterzumachen. Ich muss mal beim Internetanbieter sagen, ich will hier eine 1-Gigabyte-Leitung hinhaben. Du kannst ja nachgucken, ob er eigentlich mehr verfügbar ist. Weißt du, was mich am Aufnehmen stört? Hm? Dieses lange Hochladen. Basti? Hm? Wie gesagt, ja gut. Wie gesagt, ich lade die ja nachts so. Dann ist mir egal, wie lange es dauert. Das stört mich daran. Na ja, obwohl, Basti, gibt's zum Beispiel, wenn du am Mittagessen bist oder so, ne? Ja. Dann kannst du doch die Videos immer gut hochladen. Ja. Nur halt, ich brauch ja für ein Video vier Stunden. Vier, fünf Stunden. Vier, fünf Stunden. Beim letzten Stand die Zeitangabe nicht. Na, worauf knallt du jetzt schon wieder auf den Rotfuchs? Hör auf Ihren Elch. Oh. Was hörst du? Wir sind 500 Meter weit. 600 Meter gefährlich. Der Elch kommt nicht weit. Welcher, deiner? Hm. Meiner hoffentlich auch nicht. So, dann muss ich nachher noch ein anderes Spiel wieder aufnehmen. Welches denn? Ja, nur das Feuerwehrspiel. Tsch. Als Feuerwehrspiel, das Let's Play läuft ja auch noch weiter. Und dann auch den neuen Laptop Tycoon. Viel zu fixieren, um mit dem Flieg zu tun. Viel zum Aufnehmen. Und viel zum Rennen dann. Wie geht, habe ich eigentlich? Ja, 47. Da habe ich schon wieder. 43. Ja, und das ist viel zu eilig. Ja. Ja. Wenn die Grafik mal so aussehen würde, wie ein OBS, dann würde es mir gefallen. Wieso? Sieht hier in der OBS besser aus? Ja, klar fix das so viel kleiner, aber es ist nicht. Ah, stimmt. Oh Mann, gewöhnt sich wieder dran. Wie gesagt, Bastien, wenn du jahrelang nur 4K siehst, dann gewöhnt sie sich da dran. Nach der Folge machen wir mal kurz eine Viertelstunde Pause. Dann esse ich eben noch kurz. Ne, Bastien? Ja. Hast du noch nichts gegessen? Doch, aber es ist ja schon wieder 4 Stunden her. Jetzt ist es Mittagessen, drei und Abendessen kommt dann irgendwann um 10. Okay, da kann ich vergessen, der hat 75. Und Bastien, die Hochlag zeigt mir natürlich auch darauf an, wie groß seine Videos werden. Na gut, der hat 4 Stunden bei einer halben Stunde gebraucht. Du hast jetzt liegt dich daran, wie lange das Video ist, liegt daran, wie groß das Video ist. Wie viel Gigabyte das hat. Ja, ich. Ja, ich. Und da ist auch noch ein weiblicher Elch Oh, im Prinzip, ja, wo haben wir den denn? So ist er Komm, den renne ich nicht mehr hinterher Da läuft direkt vor mir ein Elch Ich schieße gerade auf den Christen, aber da steht einfach direkt neben mir ein Elch Weißt du, was ich jetzt meinte? Was ich hier im Spiel richtig einfach gemacht? Und mit anderen kriegst du Tiere nie so nah an dich ran Das andere ist halt mehr was für Profis, weißt du? Die Leute, die mehr Geduld haben Also nichts für mich Was hier und das andere Spiel wird tatsächlich noch öfter gespielt, als das hier Hm? Viel öfter, glaube ich, dass die dreifache Spiel lang soll So Mein Vater spielt auch das hier Wahrscheinlich nicht mit einer so guten Grafik Dann auch ein Purs hier Ja, was eben, PC kriegt immer mehr Grafik, wenn du weißt, ja Da fehlt auch immer so bleiben Außer man baut die PS4 um Und folgt meiner Blutspur Alle Leute, ich mache das nicht, weil ich blöd bin, weil ich den nicht finde, sondern weil der Hund leveln soll Warum? Gibt's noch gar nicht Ist ja auch einfacher Ja Mit dem Hund Ich mache das einfach so, ich lasse den Hund vorlaufen Und laufe hinterher, aber guck, trotzdem noch alle Blutspuren Ähm Ähm Was war denn das? Was war denn das? Ach, noch mehr Beeren Der ist ja ganz Kolonne Beeren Ähm, warum liegt ein Karibu? Nur mal so Weiß ich nicht, kann sein, dass es nur eins von mir ist Sag mal nicht einfach einen, ne? Ja Ja Das ist aber weit gelaufen Das ist aber weit gelaufen Will ich ne Buhur Den hinten habe ich nicht mehr getroffen Sieht auf jeden Fall nicht da nah aus War echt geil, wie weit man hier sehen kann Ich kann da hinten schon wieder Tiere sehen Ähm Ja Keine Ahnung Ich gehe auch da schon mal langsam hin Was haben wir denn da noch, auch ein Elch Die 6 ist aber noch nicht tot Mann, der hat mich gesehen Bin ich aus dem Gebüsch gekommen, stand da noch ein Elch Aber natürlich sieht er mich noch Ja gut, ich habe Großleutralisierer drauf Dann macht es mir für mich natürlich wieder einfacher Ne, da war ja Außerwindrichtung Pfff Was ist hier los? Karibu Elch weggelaufen Warnruf vom Witzeliebär Das war einfach genau unten in der Brust Der männliche Elch hat überlebt, dann bräuchte ich ihm gar nicht hinterherlaufen Die Echte halten viel mehr aus, als wenn er so auf den Karibu schießt Ja Echt unglaublich Ja, komm, der ist auch nicht tot Der kommt hier auf den Berg nicht hoch Der ist auch nicht tot, dann laufe ich dem auch nicht hinterher Und ich finde sie dann irgendwo hier hinten bei mir Dann schießt du auch einfach mal weniger Tiere an Eins nach dem anderen immer Gucken wir uns mal in der nächsten Folge, was wir hier so für Wettbewerbe haben So Leute, bedanke ich mich für zuschauen, lasst ein Abo und Like damit es euch gefallen hat Darin ein Grüß, Lieber hat gerade nen Headshot gegeben So, dann sind wir bis zur nächsten Folge Bis zum Kaufsee